herz willkommen zu einem neuen shop video gestern kamen ja überraschenderweise neue skins rein und zwar die zonewars skins passend zum neuen zonewars modus der gestern eben auch aktiviert wurde ist echt ganz nice hier die verschiedenen maps wobei manche tatsächlich eher so naja sind zum beispiel die wüsten zonewars map ist ziemlich flach und man hat ultra alten loot deshalb würde ich die nicht empfehlen downhill zonewars ist definitiv ganz gut vortex ist eigentlich auch ganz in ordnung kolosseum ist eigentlich auch ganz gut also alles aus der wüste sind eigentlich ganz nice maps kann man definitiv spielen und dazu passend gab es eben halt hier auf der linken seite das sowas paket mit den ob wir oblivion skin im prinzip als sohn wo aus hier und zwar gefahrenzone dazu gibt es auch passende changes die gefahrenzone und hitzezone challenges damit man die zweite variante freischalten kann und zwar das galaxieblau sonst sind sie immer so rötlich immer zu mehr wie hitze dann sehen wir eher so etwas kälter aus hier auch beim männlichen skin wieder in gläulich soll dazu gibt es auch noch ein backpack das passt glaube ich auch auf beide skins eigentlich hier auch der zwei verschiedene varianten die man jedoch beide direkt bekommt ähm sieht auf jeden fall ganz nice aus vor allen dingen zu dem weiblichen skin hier passt das eben halt definitiv hier sind ja auch im prinzip schon dieser ecken vorgesehen wo das hinkommen soll für 1600 wie box zwei skins und ein rucksack kann man sich definitiv nicht beschweren das wäre wie zwei grüne skins im prinzip und dafür dass oblivion skin in seiner classic variante tatsächlich ein legendärer skin ist das heißt mehr als das ganze paket kostet kann man sich das definitiv kaufen und ich empfiehle es auch jedem der die skins ja wirklich mag ich mag die skins auch ich habe auch keine wir packen und mehr geld rein zu geben deshalb werde ich mir das nicht kaufen ansonsten hätte ich natürlich gekauft habe ich ja im nächsten slot den den skook den zu kieskin hier im prinzip ein bisschen robotermäßig hat glaube ich hier auch keine richtigen beine sondern im prinzip nur gelenke ich sehe man so ein ninja roboter sieht ganz cool aus dann im nächsten slot gibt es die kopferwespe hier auch mit so einem schönen tiger sieht echt ganz cool aus kann man sich definitiv kaufen dazu gibt es auch noch die heftige hiebspitzhacke sieht ganz nice aus mit den effekten kann man sich auch kaufen wobei sie natürlich auch eine epische eine epische spitzhacke ist ist dafür aber relativ detailreich dann haben wir die stachel lackierung ist nicht ganz so cool weil sie nicht animiert ist ansonsten würde es die prisma farben hier auch ein bisschen animiert sein werden wäre das auf jeden fall cooler skin als nächstes haben wir hier den traum skin ist ein echt cooler skin kann man sich definitiv kaufen ich mag ja diese farben hier vom dieses lila ja und dann dieses bläuliche vom generell zero point etc sieht definitiv cool aus hier auch luminos der skin sieht auch verdammt cool aus kann sich genauso gut kaufen auch die astral hax sieht super cool aus spielt später bruch spitzhacke finde ich leider ein bisschen zu schlecht die animierung da hätte ich mir etwas mehr wünscht weil sonst wäre die lackierung eigentlich echt ganz cool und dann noch der arcana gleite der auch eigentlich ganz cool aussieht jedoch auch etwas größer ist ja auf jeden fall nice hat kommen sich definitiv kaufen arbeit schien ledigen super nice mode jetzt haben gute laune ist auf jeden fall da ist dann haben wir aufbolden auch uns nette skin definitiv nahe knochenlos raschen ewigkeiten tatsächlich nicht mehr im shop drin das ganz nett allerdings jetzt nichts als speziell ist da wollte tatsächlich zum ersten mal battle pass stufen und 500 xp für 600 wie works normalerweise früher hat es ja immer 900 die bergte kostet im rabatt jetzt ist immer noch bei 600 wie box am wochenende ich glaube ich weiß gar nicht ob es heute oder morgen startet ist auch double ep wochenende das heißt dort wird jede runde doppelt so viele p bekommen aber ich hier noch mal die ultra klingen passend zum sommer set dem man aber immer extra kaufen muss hat allerdings auch wieder zwei verschiedene stile definitiv nice und dann mal langsam das klatschen ist jetzt nichts als spezielles als selbst haben wir noch die community abstimmung wo ich ja gestern abgestimmt habe werde ich wieder hier abstimmen wo es dafür das war es auf jeden Fall mit dem Video ich auch seit ich gefallen Lass gerne mal ein Abo da teilt dieses Video mit Augen Freunden und dann bis zum nächsten Video tschau